Die Wurzel solcher Anschläge ist häufig Hass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sehen von neuem Hass und das Aufstacheln von Menschen gegen andere Menschen auf der anderen Seite wirklich ein Rezept für die Zukunft sein kann. Darüber hinaus ist es ekelhaft zu sehen, dass bereits wenige Minuten nach dem Anschlag einige Politiker versuchen da sozusagen politischen Nektar aus diesem schlimmen Geschehen und aus dem Leid vieler Menschen zu ziehen. Das ist ekelhaft, das widert mich an, aber ich glaube nicht, dass Hass hier die Antwort sein kann. Wen meinen Sie genau? Ich glaube, diese Frage kann man sehr schnell beantworten, wenn man in Facebook guckt.